Hallo liebe RUNA Reisegäste. Wir wissen, dass viele von Ihnen, von Euch im Moment in einem kleinen Dilemma stecken, weil auf der einen Seite viele von Ihnen und von Euch gerne reisen wollen, jetzt die Chance nutzen wollen, im Winter, im Sommer die besten Plätze zu bekommen. Auf der anderen Seite sind diese Zeiten einfach unsicher und viele Dinge sind nicht wirklich planbar und vorhersehbar, sodass auf der anderen Seite viele Menschen noch warten möchten mit der Reisebuchung für dieses Jahr. Und ja, da haben wir im letzten Jahr gesehen, was dann kommt, wenn man sich zu spät entscheidet, denn wir hatten im Sommer eigentlich alle Kapazitäten komplett ausgebucht und viele von unseren Reisegästen, die gerne noch einfach in den wohlverdienten Urlaub reisen wollten, hatten dann keine Chance mehr, noch was Adäquates zu finden. So hat man auf der einen Seite eben das Risiko, jetzt sich nicht entscheiden zu wollen und auf der anderen Seite das Risiko, zu spät dran zu sein, denn wir gehen ganz schwer davon aus, dass ab Frühjahr, Sommer die Corona-Situation wieder so im Griff sein wird, dass Reisen möglich ist, ganz normal und dass man einen richtig schönen, vollumfänglichen Urlaub genießen kann. Und deswegen haben wir uns hier zusammengesetzt und überlegt, was können wir für Sie, für unsere Reisegäste tun, was können wir machen, um Ihnen das Entscheiden jetzt zu erleichtern, damit Sie jetzt die Reisen auch buchen können, die Sie gerne machen möchten. Und dazu haben wir insgesamt vier Möglichkeiten für Sie ausgearbeitet oder herangeholt durch unsere Partner und die möchte ich Ihnen jetzt einmal ganz kurz vorstellen. Und zwar, das Erste, was wir anbieten können, ist der Reiseschutz, der Allianz Travel Versicherung, mit denen wir zusammenarbeiten. Diese Reiseversicherung deckt inzwischen auch vollumfänglich Corona mit ab. Das heißt also, wenn Sie vor der Reise in Quarantäne kommen, wenn Sie während der Reise in Quarantäne kommen würden oder wenn Sie sich mit Corona infizieren würden oder auch wenn Ihr PCR-Test beim Betreten des Flugzeugs positiv ist und Sie nicht mitgenommen werden können, greift diese Reiseversicherung. Und das können wir Ihnen wärmstens empfehlen als ersten Tipp, dass Sie eine Reiseversicherung, einen Reiseschutz abschließen, um sich für diesen Fall absichern zu können, um dann im Fall der Fälle auch den Reisepreis erstattet zu bekommen und so finanziell kein Risiko tragen zu müssen, wenn Sie jetzt schon Ihre Reise buchen würden. Der zweite Fall ist, dass unsere Kollegin Angela Beiderbeck aus der Produktabteilung mit vielen unserer Leistungsträger noch mal intensiv gesprochen hat und für Sie viele, viele unserer erdgebundenen Reiseziele, unserer erdgebundenen Unterkünfte, Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser, primär in Deutschland, mittlerweile so anbieten kann, dass Sie bis 30 Tage vor Ihrer eigentlichen Anreise noch kostenfrei stornieren können. Das heißt, wenn Sie sich jetzt entschließen, eine Reise anzutreten und dann doch kurzfristig bis 30 Tage vorher doch nicht reisen möchten, nicht reisen können, würden wir Ihnen 100% des gezahlten Reisepreises wieder zurückerstatten. Das heißt, Sie haben auch da kein finanzielles Risiko, wenn Sie sich jetzt schon für eine Reise im Laufe des Jahres entschließen. Der dritte Punkt betrifft Flugreisen, genauso wie der vierte Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir Ihnen jetzt eine Möglichkeit bieten, bei vielen Flugreisen eine Flexoption dazu zu buchen, eine Flexumbuchungsoption genau genommen. Das heißt, mit dieser Option, wenn Sie sich entschließen, die dazu zu buchen, zahlen Sie nur einmalig 25 Euro pro Person und haben dann die Möglichkeit, bis 30 Tage vor Ihrem Reisetermin auch Ihre Flugreise noch umzubuchen. Das heißt, buchen Sie jetzt für Sommer zum Beispiel eine Reise nach Spanien und wir haben kurzfristig die Situation, dass Sie sich nicht mehr wohl mit dem Gedanken fühlen, doch im Sommer zu reisen, können Sie bis 30 Tage vorher ohne Angabe von Gründen diese Reise bei uns umbuchen, auf einen Termin bis maximal ein Jahr im Voraus und tragen somit erstmal kein Risiko, falls die Reise zu diesem Termin nicht stattfinden kann, nicht stattfinden soll und behalten so die Flexibilität, Ihre Reise quasi noch antreten zu können, noch nutzen zu können, den Urlaub noch machen zu können, aber eben flexibel vom Reisetermin her. Das Einzige, was dazu käme, wäre, wenn Sie natürlich jetzt in der Nebensaison buchen und dann in die Hauptsaison umbuchen, dass es da saisonal Zuschläge gibt, die würden Sie tragen, aber die reine Umbuchung an sich würde für Sie dann in dem Fall kostenfrei sein. Und die vierte Option, die wir Ihnen anbieten können, ist eine Flexoption für kostenlose Stornierung Ihrer Flugreise. In diesem Fall würden Sie bis 30 Tage vor Ihrer Reise noch die Möglichkeit haben, Ihre Flugreise komplett wieder abzusagen. Die Option bieten wir Ihnen an für 45 Euro pro Person und in dem Fall wäre es so, dass wenn Sie die Reise dann bis 30 Tage vor dem eigentlichen Reisetermin stornieren, wir Ihnen auch den Reisepreis in diesem Fall zurückerstatten und Sie dort auch kein Risiko tragen würden. Das Geld würden wir Ihnen sogar innerhalb von 14 Tagen erstatten, also da bräuchten Sie sich keine Sorgen machen. Es bleibt ein gewisses Restrisiko für Sie vorhanden, was den Reisetermin und die Durchführung angeht, denn bei dieser Option der Stornierung ist es so, dass Sie die finalen Flugdaten, also die komplett finale Flugverbindung mit der durchführenden Fluggesellschaft auch erst die 29 Tage, also nach dem Ablauf dieser Frist, mitgeteilt bekommen würden. Also können vorher noch nicht genau davon ausgehen, welche Fluggesellschaft Sie fliegen und wann Ihre Flugzeiten sind. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, den muss man an der Stelle schlucken. Trotzdem gehen wir davon aus, dass wir Ihnen mit diesen vier Möglichkeiten einfach eine Sicherheit bieten können, dass es Ihnen leichter fällt, sich jetzt schon für Ihre Traumreise zu entscheiden, denn nichts ist trauriger, als wenn man eigentlich in den wohlverdienten Urlaub reisen möchte und dann in Deutschland im vielleicht wieder verregneten Sommer feststeckt und nicht weg kann. In diesem Sinne nutzen Sie gerne diese Option, fragen Sie bei uns nach, rufen Sie uns an. Unsere Kollegen in der Reservierung stehen Ihnen hier jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung und versuchen für Sie, die optimale Lösung zu finden.